Miss Slade? Ja? Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Es wird nicht lange dauern. Von dem Moment an, als Brian Slade in unser Leben trat, sollte nichts mehr so sein, wie es war. Es ist nicht wichtig, was du im Leben erreichst. Was zählt, ist die Legende, die um dich entsteht. Ich mach aus ihnen einen Star. Brian Slade. Kurt Wilde, das war ein Fiktion. Also wie würden Sie zu so einem Arrangement, rein hypothetisch natürlich, stehen? Was Jerry damit sagen will, ist, wollen wir zusammen in London eine Platte machen? Ja, cool. Jemandem wie ihn war ich noch nie zuvor begegnet. Sensationell. Was wurde aus dem Pop-Idol Brian Slade? Natürlich wollen Sie mich dafür, weil ich hier der Vorzeigebrite bin. Nein, ich will Sie, weil Sie damals dabei waren. Untertitelung. Das Geheimnis, ein Star zu werden, liegt darin, wie einer aufzutreten.